Es hat schon wieder ein Loch mehr neben meinem Wagen. Die Wasserleitung geht jetzt schon zum Wagen. Ich nutze den letzten Sommerabend, um noch etwas zu machen hier oben. Ich habe mir überlegt, die Leerrohre, die ich hier ziehe, wo die Stromkabel drin sind, die Kabel einzuziehen, bevor ich sie an die Wand mache. Das ist ein riesen Scheissdreck, die Kabel einzuziehen. Ich habe natürlich mit dem längsten Rohr angefangen, dann ist es ein schwieriges kürzer. Es ist einfach! Super! Ich habe mir eigentlich Breiden organisiert, um die Rohr schön anzumachen. Aber die Breiden sind im Büro, nützt mir so, also auch nichts. Darum, professionell mit Klebband angemacht. Habt super! Bis ich das nächste Mal hier komme auf jeden Fall. Und, you know, wenn man gutes Werkzeug kauft, wie die Sagi, nutzt es einen Laser. Ich werde vermutlich erst am Sonntag wieder zum Arbeiten kommen. Bis dann muss ich irgendeinen Bohrer organisieren, dass ich von aussen einbohren kann, für Strom und Wasser. Und rausbohren, für Abwasser. Und dann kann ich die Wasserrohren verlegen, die restlichen. Und vielleicht kann ich dann schon mit dem Site-Deben anfangen. Wenn die Kuh mal schauen. Das Ganze. Aber das Ganze. Das Ganze. Das Ganze. Das Ganze. Untertitelung des ZDF, 2020